Geht es noch süßer? Wohl kaum. Mit dem neuen Disney-Film Ratatouille ist Disney und Pixar mal wieder ein Meisterwerk gelungen. Der Film ist so schön. Es ist eine der schönsten, die Pixar je gemacht hat. Das ist wunderbar. Die Hauptfigur ist eine kleine Ratte namens Remy. Und die hat besondere Fähigkeiten. Diese Ratte hat wirklich eine ganz, ganz feine Zunge und vor allem eine noch feindere Nase. Und die möchte oder wird jetzt, deren große Leidenschaft ist, das Kochen. Durch Zufall gerät sie in eines der angesagtesten Gourmet-Restaurants Paris. Ori, zweimal Lachs, auf angebraten. Doch für eine Ratte ist es wahrlich nicht einfach, in der Haute Cuisine Fuß zu fassen. Neben den ganzen großen Köchen gibt es auch noch den Küchenjungen Linguini. Und der hat auch ein Problem. Ich kann nicht kochen. Oder doch. Aber du kannst es. Stimmt's? Sei mal nicht so bescheiden, du bist eine Ratte, verflixt doch mal. Ein Blick. Und ich wusste, dass wir den gleichen verrückten Einfall hatten. Gemeinsam bringen wir es zum besten Koch von Paris. Remy versteckt sich unter seiner kleinen Kochmütze. Und durch Zucht bewegt er die Hände und eigentlich auch den ganzen Körper von Linguini, so dass Linguini auch gerade kulinarisch glänzen kann. Auweia, das kann ja was werden. Wie bei allen Pixar-Filmen steckt das Herz...